Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination Astronomie Online. Ich bin Sibylle Anderl, ich habe Physik und Philosophie studiert, habe dann in Astrophysik promoviert in Bonn zum Thema Schocks im interstellaren Medium, war dann drei Jahre in Frankreich zum Forschen, habe ich vor allem Sternentstehung untersucht und danach hatte ich dann die schwierige Entscheidung, ob ich weiter in der Forschung bleibe oder nicht, weil ich nämlich ein Angebot hatte, bei der FAZ zu arbeiten. Dieses Angebot habe ich dann letztendlich angenommen und insofern bin ich jetzt seit Anfang 2017 Wissenschaftsredakteurin in der FAZ, mache das noch so ein bisschen mit der Forschung nebenbei und interessiere mich auch weiterhin sehr für Wissenschaftsphilosophie. Und insofern freue ich mich sehr, dass ich hier heute ein bisschen über diese verschiedenen Leidenschaften, die ich habe, sprechen kann. Heute gibt es insofern ein etwas exotisches Thema. Heute geht es um Wissenschaftsphilosophie und wie gesagt, das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was relativ nah an der modernen Forschung dran ist, was viele Verbindungslinien in die Astrophysik hat und insofern denke ich und hoffe ich, dass das heute sowohl für Astrophysiker ganz interessant sein kann, mal zu erfahren, was sich die Philosophen so für Fragen stellen im Anschluss an aktuelle Forschung und auch für die interessant, die sich für Astrophysik interessieren, weil es tatsächlich, glaube ich, dazu beitragen kann, ein bisschen besser zu verstehen, was in der Forschung so passiert. Wenn man sich überlegt, was Astrophysiker in ihrer Forschung so machen, dann kommt man, glaube ich, vor allem auf zwei Begriffe, die Forschung total demonieren. Das eine, das sind Beobachtungsdaten, die sind natürlich zentral wichtig für Forschung und das andere, das sind Modelle. Modelle sind in vielerlei Hinsicht wichtig, sie sind auch wichtig für die Generierung von Beobachtungsdaten und ich glaube, es gibt keinen professionellen Astrophysiker, der noch nie mit Modellen gearbeitet hat. Also insofern ein ganz, ganz zentraler Begriff, gleichzeitig aber auch ein Begriff, der dafür, dass er so zentral ist, erstaunlich unklar ist. Die Frage, was ein Modell ist, was ein wissenschaftliches Modell ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und um diese Frage, um die soll es heute gehen. Ich habe schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten und das liegt auch daran, dass Modelle einfach extrem vielfältig sind. Es gibt nicht nur Modelle in den Wissenschaften, es gibt Modelle im Alltag, in der Welt, Modelle gibt es fast überall. Und das hat sehr schön der Philosoph Nelson Goodman in seinem Buch Sprachen der Kunst zusammengefasst. Er schrieb, nur weniger Ausdrücke werden im populären und wissenschaftlichen Diskurs undifferenzierter gebraucht als Modell. Ein Modell ist etwas, das man bewundert oder dem man nacheifert. Ein Muster, ein pauschaler Fall, ein Typ, ein Prototyp, ein Exemplar, ein Modell in Originalgröße, eine mathematische Beschreibung, nahezu alles von einer Blondine bis hin zu einer quadratischen Gleichung. Also ein sehr, sehr allgemeiner Begriff, der viel unter sich fasst, was es nicht so einfach macht, eine Definition zu finden, ein Verständnis aufzubauen, was tatsächlich ein Modell ist. Und das wird auch gar nicht unbedingt so viel einfacher, wenn man sich beschränkt auf wissenschaftliche Modelle. Hier ein paar Beispiele von Modellen, die mich in meiner Doktorarbeit begleitet haben. Um diese Modelle zu verstehen, muss ich ein paar Takte dazu sagen, wozu ich in meiner Doktorarbeit geforscht habe. Und zwar ging es in meiner Doktorarbeit um Stoßwellen, Schocks im Interstellar-Medium. Was ist eine Stoßwelle? Stoßwellen gibt es immer dann im Universum, wenn sich etwas sehr, sehr schnell ausbreitet, Materie. Und zwar so schnell, dass sie schneller ist als die lokale Schallgeschwindigkeit. Das passiert zum Beispiel bei Supernova-Explosionen. Oder es passiert, wenn sehr junge Sterne Materie in die Umgebung hinaus pfusten. Das sieht man da oben links bei einem Objekt. Also insofern sind Schocks sehr universelle Phänomene und gleichzeitig sehr komplizierte Phänomene. Weil da dynamische Prinzipien eine Rolle spielen. Die Chemie ist wichtig. Und dadurch, dass sie sich so schnell bewegen, wird in Schocks sehr effizient Bewegungsenergie in andere Formen von Energie, zum Beispiel in Wärme umgesetzt. Und das ist für Astrophysiker sehr toll, weil es dann warm wird, Gas wird angeregt, es leuchtet. Und man kann es benutzen, um astrophysikalisch was zu lernen. So, und um aber daraus was zu lernen, aus der Strahlung, die man beobachtet, so wunderschön, dafür braucht man Modelle. Man muss Physik und Chemie anwenden auf das, was man sieht. Und das war genau das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Und jetzt wieder zurück zu meinen Modellen. Oben links, das sind die Grundgleichungen meines Modells für die Stoßwellen, meines Schockmodells, was letztendlich Erhaltungsprinzipien sind, die da drin stecken, also Erhaltungssätze. Oben rechts sieht man das Ganze in der numerischen Umsetzung. Ich habe das natürlich nicht mit Zettel und Stift gerechnet. Ich habe dafür einen Computer benutzt. Und das ist ein Ausschnitt aus dem Quellcode meines Programms, das ich während meiner Doktorarbeit mitentwickelt habe. Unten links wiederum ist ein grafisches Modell eines Schocks, was eine vereinfachte Version dessen darstellt, was man sich eben in die Situation, die ich gerade beschrieben habe, wenn ein junger Stern Materieausflüsse hat, was da so abläuft. Und unten rechts ist ein Modell, gut, das habe ich jetzt nicht so ganz intensiv in meiner Arbeit wirklich benutzt, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Modell, zeigt Nancy Roman. Ich habe sie auch nochmal in echt. Hat immerhin Bezug zu Schock, zu Stoßwellen, weil ein planetarischer Nebel zu sehen ist. Da gibt es auch manchmal Schocks. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Form von Modellen. Und wenn man sich das anguckt, sieht man einfach, selbst in der Wissenschaft sind Modelle sehr, sehr vielfältig. Sie können aus Gleichungen bestehen, aus numerischem Code, aus Zeichnungen, oder sie können auch physikalische Objekte darstellen. Ganz allgemein, wenn man sich überlegt, was ist jetzt das Verbindende bei all dem, könnte man vielleicht Folgendes sagen. Man würde sagen, ein Modell in seiner allgemeinsten Form ist etwas, das etwas anderes repräsentiert. Also irgendein Phänomen in der Welt. Ein Modell repräsentiert ein Phänomen. So, in allererster Ordnung. Wenn man das jetzt aber als Charakterisierung für ein Modell nimmt, dann stellen sich gleich ganz, ganz viele Anschlussfragen, die einen sofort in die Philosophie führen. Also zum Beispiel erste Frage, die sich direkt an diesem Modellbegriff andockt. Was kann eigentlich ein Modell sein? Was für eine Seinsform haben Modelle? Also Modelle können, haben wir gerade schon gesehen, physische Objekte sein. Es können Gleichungen sein. Es können Computerprogramme sein. Gibt es irgendeine Art, diese verschiedenen Modelle zu klassifizieren? Gibt es Verbindendes? Gibt es Trennendes? Das wäre so eine Frage, die einen in die Ontologie führt. Also in die Frage, was sind Modelle für Dinge in der Welt? Nächste Frage zielt ab auf die Beziehung zwischen den Modellen und dem Phänomen. Also auf diese Repräsentationsbeziehung. Was ist die Verbindung zwischen dem Modell und dem Phänomen? Warum steht das Modell für das Phänomen? Ist das irgendwie eine Art von Ähnlichkeitsbeziehung? Oder mathematisch gesagt vielleicht sowas wie ein Isomorphismus? Oder steckt dahinter einfach ein Nutzer, der irgendwas als Modell benutzt? Also ich kann zum Beispiel Smarties benutzen, um ein Fußballspiel nachzustellen. Das würde einfach nur meine Absicht dann zum Ausdruck bringen. Da ist vielleicht nicht unbedingt irgendwas an den Smarties selbst, was eine Verbindung zu Fußballspielern herstellt. So. Frage nach der repräsentationalen Funktion würde man als semantische Frage bezeichnen. Dann die dritte Frage, die ist natürlich für Wissenschaftler vor allem interessant. Wie lernen wir mit Modellen? Das ist ja im Prinzip schon eine sehr erstaunliche Geschichte, dass wir etwas untersuchen, um etwas über etwas ganz anderes zu lernen. Wie machen das Modelle, dass sie uns wirklich Wissen vermitteln können über Dinge in der Welt? Also eine Frage der Erkenntnistheorie, eine Frage der Epistemologie. So. Einfach um mal zu zeigen, da gibt es viele Fragen, die man stellen kann. Und wenn man sich jetzt mal in der Wissenschaftsphilosophie historisch umguckt, dann kommt man vielleicht so in die Zeit von vor 100 Jahren, wenn man jetzt mal ein bisschen neuzeitlicher anfängt, dann landet man im logischen Empirismus. So Wiener Kreis kennt man vielleicht so ein bisschen, da die Namen Hempel zum Beispiel, Oppenheim, Popper kennt natürlich jeder. Und wenn man sich anguckt, was diese Philosophen, die auch immer eine sehr große Nähe zur Physik aufwiesen damals, was die so geschrieben haben, dann fällt erstmal was auf. Und das, was da auffällt, ist, dass von Modellen gar nicht so richtig viel die Rede ist. Den Physikern damals und den Philosophen, denen ging es nämlich viel mehr darum zu klären, was eine Theorie ist. Was macht eine wissenschaftliche Theorie aus? Was ist ihre Beziehung zu empirischen Daten? Wie kann man Theorien überprüfen? Wie kann man sichergehen, dass man kein Problem mit Subjektivität hat? Das waren so typische Fragen, die sich damals die Philosophen des logischen Empirismus gestellt haben. So, also insofern stellen wir uns die Frage jetzt auch mal, was ist denn eigentlich eine Theorie? Was haben sich damals die Philosophen und Physiker für eine Antwort gegeben? Und ich vereinfache jetzt natürlich. Ganz grob kann man sagen, eine Theorie hat verschiedene Bestandteile. Als erstes gibt es theoretische Sätze. Also zum Beispiel kinetische Gastheorie, P mal V ist nRT. Wenn man diesen theoretischen Satz hat, dann kommt man damit natürlich erstmal noch nicht besonders weit, denn man muss natürlich definieren und erklären, was das bedeutet. Man braucht sowas wie Korrespondenzsätze. Also man muss zum Beispiel sagen, das V, das steht für ein Volumen, ein Volumen XYZ eines physikalischen Gefäßes und das sind dann jeweils Längenangaben. So, und dann ist die Frage, wie man die Theorie mit sowas wie einer Messung zusammenbringen kann. Und um das zu machen, muss man ein Experiment machen und braucht dann Beobachtungssätze. Man muss das beschreiben, was man in dem Experiment beobachtet hat, um das dann wiederum zur Theorie in Beziehung zu setzen. Also zum Beispiel hier in einem Labor auf der Erdoberfläche befindet sich ein Gefäß der und der Art, mit dem ich das und das mache. So, und auf der Grundlage kann man dann sowas machen, wie wir das von Papa kennen, dass wir einfach gucken, ja, ob eine bestimmte Beobachtung, zum Beispiel eine Theorie falsifiziert oder nicht. Diese ganze klassische Art und Weise der Theoriebehandlung und Theorienüberprüfung. So, das klingt jetzt eigentlich erst mal relativ vollständig, sehr, sehr klassisch, wie gesagt. Logischer Empirismus, das ist ja das, was wir auch häufig irgendwie noch in der Schule gelernt haben. Wo stecken hier jetzt die Modelle? Hier ist erst mal nichts zu sehen von Modellen, also gucken wir mal, was die Philosophen gesagt haben. Wiederum natürlich Klammerbemerkung, wir haben alle unterschiedliche Dinge gesagt, aber wenn man jetzt mal eine Gemeinsamkeit herauspräparieren möchte, dann würden die sagen, ein Modell ist eine alternative Interpretation eines bestimmten Kalkulus. So, was heißt das? Man hat die Theorie, man hat die theoretischen Sätze, man interpretiert die und jetzt ist ein Modell eine alternative Interpretation. Also zum Beispiel, wie der Gasgesetz beschreibt Gas in einem Volumen, hatten wir gerade gesehen, eine alternative Interpretation wäre jetzt zu sagen, dieses Gesetz beschreibt auch sowas wie Billardkugeln. Wir können uns das Gas auch als Billardkugel vorstellen und das ist ja auch wiederum etwas, was wir alle ziemlich gut kennen. Ich habe vorhin mal zum Spaß nach Folien gegoogelt, die das ideale Gasgesetz erklären und in der Tat, wenn man auf diesen Seiten, die offenbar Schüler nutzen, um irgendwelche Vorträge vorzubereiten, wenn man da mal sich ein bisschen umguckt, wimmelt es vor Billardkugeln. Also das ist anscheinend ein gängiges Modell. Jetzt muss man aber natürlich sagen, wenn das ein Modell ist, dann ist das nicht besonders fundamental und nicht besonders grundlegend. Und das ist in der Tat auch ein bisschen das Problem an diesem Ansatz. Modelle spielen hier keine große Rolle. Modelle sind eher sowas wie eine pädagogische Krücke, etwas, was wir benutzen, um uns eine Theorie besser zu veranschaulichen, sie besser zu verstehen. Und ich meine, in der Astronomie, da ist natürlich das Modell der Wahl, dass wir alle immer benutzen, Obst jeglicher Form und Farbe. Da hat, glaube ich, jeder Astronom irgendwelche Fotos von sich selber, wie er mit Obst irgendwas veranschaulicht. In meinem Fall war das hier eine Mondfinsternis. Und ja, also da würden die logischen Empiristen sagen, das ist jetzt nichts, was wirklich fundamental wichtig für die Wissenschaft ist. Und da wiederum wäre jetzt die Intuition von Wissenschaftlern, zu sagen, naja, da sind ja Modelle jetzt vielleicht doch ein bisschen niedrig gehängt. Modelle sind für uns in der Forschung doch wichtiger als nur eine pädagogische Hilfe. Das war auch historisch die Intuition vieler Philosophen und daraus entwickelte sich eine andere Position. Und zwar der semantische Modellbegriff. Der semantische Modellbegriff, muss ich gleich Warn vorweg schicken, der ist relativ technisch. Der orientiert sich sehr stark an modelltheoretischen Überlegungen. Und was er sagt, ist Folgendes. Ein Modell einer Theorie kann definiert werden als eine mögliche Realisierung, in der alle gültigen Sätze der Theorie erfüllt sind. Und eine mögliche Realisierung einer Theorie ist eine Entität der angemessenen mengentheoretischen Struktur. So, was heißt das? Vereinfacht gesagt, eine Theorie definiert eine bestimmte Struktur und all das, was diese Struktur erfüllt, das sind die Modelle. Beispiel. Eine Theorie, in dem Sinne werden jetzt zum Beispiel diese drei Axiome, zum Beispiel die Fano-Ebene, die bestimmte Relationen zum Ausdruck bringen. Und wenn man jetzt eine Figur findet, in dem Fall eine geometrische Figur, die alle diese Axiome erfüllt, so wie sie hier aufgezeichnet ist, dann wäre das ein Modell für die Theorie. Und das ist jetzt schon ein bisschen fundamentaler, denn gemäß des semantischen Modellbegriffs ist die Theorie eben gerade durch die Menge all ihrer Modelle gegeben. Das heißt, die Modelle definieren letztendlich die Theorie und sind insofern sehr, sehr grundlegend. Da würde man jetzt als Bündschafter sagen, ja, das ist schon näher dran an dieser wichtigen Stellung, die Modelle für die Forschung tatsächlich innehaben, aber so ganz trifft es dann doch auch nicht das, was wir in unserem Alltag mit Modellen verbinden, denn das ist schon sehr abstrakt, sehr philosophisch abgehoben. Irgendwie sind Modelle für uns dann doch was anderes. Und auch das wiederum, das war die Reaktion, die man in der Philosophie gefunden hat. Da gab es dann zum Beispiel Daniela Baylor-Jones, eine Astrophysikerin, die auch Philosophie gemacht hat, lebt leider nicht mehr, aber die hat ein sehr interessantes Paper 2002 veröffentlicht und hat einfach mal Wissenschaftler gefragt, was denken denn Wissenschaftler, was Modelle sind. Und ich habe hier mal ein paar Zitate rausgesucht. Ich denke, ein Modell ist ein Weg, alle wichtigen, fundamentalen Eigenschaften zusammenzufassen, die in die Beschreibung eines natürlichen Phänomens eingehen, das man beobachtet hat. Und es enthält eine Reihe von Annahmen, die zum Ausdruck bringen, womit man sich in der Modellierung befassen will. Im Allgemeinen würde ich ein Modell als eine Vereinfachung eines Systems ansehen, die die wichtigsten Elemente des Systems oder was man dafür hält, enthalten. Wonach man sucht, ist ein Verständnis dessen, was in der Natur passiert und manchmal kann ein Modell das liefern. So, das ist das, was die Wissenschaftler sagen und das ist natürlich ganz interessant, weil man jetzt hier schon merkt, ist, da spielt jetzt viel, viel mehr der Wissenschaftler selbst eine Rolle. Der Wissenschaftler, der bestimmte normative Einschätzungen liefert, bestimmt, was wichtig ist, was nicht wichtig ist, bestimmte Annahmen macht, die vielleicht auch anders sein könnten. Vereinfachungen spielen eine Rolle, die ja so von der Theorie erst mal gar nicht vorgegeben sind und Modelle haben eine ganz wichtige Rolle oder spielen eine wichtige Rolle dafür, dass man als Wissenschaftler ein Verständnis entwickelt. Also Fokus ganz stark auf den Wissenschaftler als Nutzer von Modellen und in der Philosophie würde das aufgefangen in etwas, was man als den pragmatischen Blick auf Modelle bezeichnen kann. Ich habe jetzt hier mal einfach stellvertretend ein Zitat von Nancy Cartwright rausgesucht, 1983, eine der Vordenkerinnen in dieser Richtung, die geschrieben hat, wir konstruieren verschiedene Modelle für verschiedene Zwecke mit verschiedenen Gleichungen, um diese zu beschreiben. Ein Modell bringt einige Aspekte des Phänomens zum Ausdruck, ein anderes Modell andere. So, und da sieht man jetzt ziemlich klar, es reicht nicht, einfach nur Modelle und die Welt anzugucken. Man braucht immer noch den Nutzer, der bestimmte Zwecke mitbringt, der mit verschiedenen Zielsetzungen die Modelle einsetzt. Und insofern ist das Ganze ein bisschen komplizierter als diese sehr abstrakten Vorstellungen von Modellen, die vorher, früher in der Philosophie vertreten wurden. Was allgemein heute, glaube ich, so als Kommerzanz vertreten werden kann, ist die Vorstellung, dass Modelle vermitteln und zwar zwischen der Theorie und der Wirklichkeit. Die Theorie ist etwas sehr, sehr Abstraktes, etwas, was weit entfernt ist von der komplexen Welt und wenn man die auf die Welt anwenden will, dann braucht man Modelle und deshalb braucht man Vereinfachung und die hängen eben sehr, sehr stark davon ab, was man als Nutzer mit diesem Modell anfangen möchte. Ich habe jetzt mal einfach ein Beispiel mitgebracht. Natürlich gibt es in der Wissenschaftsphilosophie da sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Das ist jetzt mal ein aktueller Ansatz, einfach um mal einen Eindruck zu vermitteln davon, wie sowas dann aussehen kann, wenn sich Philosophen systematisch überlegen, was hinter einem Modell steckt und das ist ein Buch, was ich ganz gerne mag von Michael Weisberg, Simulation and Similarity. Der ist an der University of Pennsylvania, ist sehr aktiv, ganz netter Typ, der sich auch sehr gut auskennt mit Physik, sich auch neuerdings sehr für Astrophysik begeistert im Übrigen. und der schreibt in seinem Buch, wenn man Modelle verstehen möchte, dann muss man auf zwei verschiedene Aspekte vor allem gucken und zwar auf deren Struktur und auf die damit zusammenhängende Interpretation des Nutzers. Und was er damit meint ist, es gibt halt einfach verschiedene Arten von Modellen, das haben wir ja schon gesehen, die können gegenständlich sein, die können mathematisch sein, sie können auch numerisch sein und die Struktur, die sie mitbringt, die bestimmt schon zu einem gewissen Grad, wofür sie stehen können, welche repräsentationalen Fähigkeiten sie haben. Also um mein vorheriges Beispiel mit den Smarties und den Fußballspielern nochmal wieder aufzugreifen, wenn ich einfach nur die Spielzüge wiedergeben möchte, dann kann das mit Smarties funktionieren, wenn ich einen Foul nachspielen möchte, dann ist es mit Smarties schon erheblich schwieriger, denn den Smarties fehlt einfach die strukturelle Voraussetzung wie ein Fuß oder ein Knie oder so, um ein Foul wirklich nachspielen zu können. Also insofern, Struktur braucht man für ein Modell, dann ist aber auch die Interpretation ganz entscheidend wichtig, wenn man ein Modell verstehen und einschätzen will und wenn man jetzt sozusagen auf Interpretation klickt, dann verbirgt sich dahinter sowas wie die Zuweisung, also die Erklärung, welche Teile des Modells stehen für welche Aspekte in der Welt, dann eine Definition der Reichweite des Modells, was möchte ich mit meinem Modell überhaupt aussagen, ist es einfach so ein prinzipielles Modell, will ich einfach gucken, was grundsätzlich möglich ist, ist es ein Modell, was wirklich ein bestimmtes Phänomen ganz genau wiedergeben will, das ist ja was, was der Nutzer normalerweise mitliefert und was man dann in den entsprechenden Veröffentlichungen auch lesen kann. Und dann weiterer wichtiger Punkt, die Wiedergabetreue. Nach welchen Kriterien kann ich mein Modell einschätzen? Und da gibt es auf der einen Seite die Fehlertoleranzen, also dass ich sage, ich möchte mit meinem Modell vielleicht bestimmte Voraussagen machen und kann dann sagen, das Modell ist bis auf die und die Größenordnung genau. Und auf der anderen Seite ist auch noch ein wichtiger Aspekt, was ist im Modell strukturell enthalten? Also kann ich aus den Funktionsweisen des Modells tatsächlich auch auf die Funktionsweisen des Phänomens in der Welt schließen, also sowas wie Kausalzusammenhänge. Und das muss man als Modellentwickler auch immer definieren und immer mitliefern. So, und das wäre einfach mal ein Beispiel für einen philosophischen Begriffsapparat, den man, denke ich, ganz gut nutzen kann, um zu verstehen, was Modelle sind und wie die jeweils einzuschätzen sind. So, da haben wir jetzt bisher erst mal sehr allgemein über Modelle gesprochen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, Modelle sind ja nicht alles, es gibt ja auch Computermodelle. Ist das etwas anderes? Historisch sind die Computermodelle natürlich aus den normalen Modellen, aus den analytischen Modellen entstanden. Erste Computersimulationen gab es Mitte des 20. Jahrhunderts. Philosophisches Interesse daran gab es so seit den 90ern. Das hier zum Beispiel ist ein frühes Buch von Paul Humphrey, ist auch ein sehr spannender Wissenschaftsphilosoph, wo sich einfach Philosophen dann die Frage gestellt haben, ist das jetzt was Neues mit den Simulationen oder können wir einfach die gesamte philosophische Werkzeugkiste wiederverwenden, die wir schon für die normalen Modelle, für die klassischen Modelle entwickelt haben. Computermodelle, Simulationen liefern natürlich ganz neue Möglichkeiten, Lösungen zu finden, insbesondere für dynamische Systeme, für die meistens keine analytischen Lösungen und auch keine Ernährungslösungen existieren. Und so eine frühe Hoffnung war natürlich, dass die Modelle dadurch besser werden, in dem Sinne, dass man weniger Vereinfachungen machen muss, weniger Annahmen treffen muss, dass man einfach ganz viel rechnen kann, was man vorher analytisch nicht rechnen konnte. Das ist natürlich eine Hoffnung, die sich nur teilweise realisiert hat, denn tatsächlich bringen Simulationen einfach noch eine andere Art von Problemen mit sich, zusätzlich zu den klassischen Modellen. Man erzielt iterative Lösungen dynamischer Gleichung, ist wiederum dann die Frage, was hat das für Konsequenzen, neue Menge von Parametern, die man definieren muss. Dann hat man einen Einfluss der Computerarchitektur, den man berücksichtigen muss. Und nach wie vor ist es natürlich auch bei Simulationen und bei Computermodellen so, man macht ganz viele Annahmen. Man muss sich technische Lösungen überlegen, wie man das berechnen kann, was man berechnen will, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Computerkapazitäten. Und insofern hat man ähnliche Probleme wie bei den Modellen vorher, die aber technisch nochmal auf einer anderen Ebene zusätzlich stattfinden. Also, nochmal die Frage, werfen Simulationen neue philosophische Probleme auf? Da kann man, glaube ich, sagen, zumindest haben sie einige bestehende philosophische Probleme vielleicht sichtbarer gemacht. Zum Beispiel ist bei Simulationen, bei großen Computermodellen ziemlich offensichtlich, dass sich Modelle nicht in Theorien erschöpfen. Denn Simulationen, die arbeiten da, die machen Voraussagen da, wo Theorien an ihre Grenzen stoßen. Das ist ja gerade auch eine ganz, ganz wichtige Motivation dafür, dass man Computermodelle entwickelt. Man weiß auch, wenn man einmal ein Computermodell entwickelt hat, dass da ganz, ganz viel einfließt, was gar nicht in irgendeiner Theorie formuliert ist. Also tatsächlich irgendwelche Erfahrungswerte, irgendwelche Nährungslösungen, Parametrisierungen und so weiter. Also Computersimulationen sind einfach viel, viel reichhaltiger als jede Theorie. Dann auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Computermodelle sind heute natürlich auch ganz zentraler Teil empirischer Experimente geworden. Auch und gerade auch in der Astrophysik. Also wenn man Beobachtungsdaten generiert, dann geht da immer auch schon ein Modell des Teleskops ein. Man hat Wettermodelle, dann die ganze Datenreduktion und Datenbearbeitung. Das sind alles Modelle, die einfließen. Also ich habe Interferometrie ja gemacht, wenn man aus den Beobachtungen vieler Einzelteleskope ein großes Teleskop simuliert. Da sind ganz, ganz viele komplexe Algorithmen am Werk. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Was heißt das für die klassische Unterscheidung von Theorie und Empirie? Wie kann man diese klassische Zwei-Welten-Vorstellung aktualisieren? Und was heißt das dann wiederum für die wissenschaftliche Erkenntnis? Was natürlich dann auch wiederum eine philosophische Frage ist vor allem. Dann auch sehr, sehr spannend. Simulationen sind heute selbst ziemlich nah an dem dran, was klassische Experimente sind. Und das ist auch wieder was, was für die Astrophysik natürlich zentral wichtig ist. Das hört man witzigerweise immer wieder auch in Vorträgen, wenn man komplexe kosmologische Simulationen präsentiert bekommt, dass die Astrophysiker manchmal sagen, ja, sie haben ein Experiment gemacht mit dem Universum. Die Simulation wird verstanden wie ein Experiment. Man guckt, wie sich das Universum bei bestimmten Randbedingungen, Anfangsbedingungen, Inputparametern, Physik, Inputphysik, wie sich das Universum da verhält. Und das ist in der Tat vom Vorgehen her gar nicht so ganz anders, als wenn man ein Experiment im Labor macht. Obwohl man intuitiv natürlich denken würde, es ist was ganz anderes. Und das zu klären, wo da der Unterschied ist, das ist erstaunlich schwierig. Und ich glaube, man kann da einiges lernen, was nicht nur philosophisch spannend ist. Dann das Verhältnis zwischen Reproduktion, Vorhersage und Erklärung, natürlich auch ganz, ganz interessant. Bei Computersimulationen da hat man ja häufig die Situation, dass man ein Phänomen reproduziert. Also zum Beispiel, ich modelliere die Milchstraße. Und wenn ich dann erfolgreich bin und das Resultat meiner Simulation, der Output, tatsächlich so aussieht, wie die Milchstraße, dann ist natürlich eine interessante Frage, was heißt das jetzt? Heißt das, dass meine Simulation wirklich stimmt, dass da Prinzipien am Werk sind, Mechanismen am Werk sind, die in der Milchstraße auch am Werk sind? Wahrscheinlich nicht, denn da sind natürlich auch immer Fitting-Aspekte im Spiel, dass ich bestimmte Sachen anpasse auf Beobachtung. Das genau zu klären und zu verstehen, was ich aus einer Simulation wirklich lernen kann und was ich auch an Vorhersagen auf der Grundlage von einer Simulation tätigen kann. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Punkt, der in der Astrophysik ganz zentral die Forschungspraxis mitbestimmt und insofern so eins dieser Probleme ist, was wirklich genau zwischen Philosophie und Astrophysik liegt und beide Gruppen eigentlich gleichermaßen interessieren. So, und dann hat man auch noch einen spannenden Punkt, die epistemische Undurchsichtigkeit. Bei einfachen Modellen rechnet man das mit Zettel und Stift. Man hat eine Vorstellung, was man da macht, man versteht, wo die Lösung herkommt, aber bei Computern ist es natürlich was anderes. Man gibt einen Input rein und es ist immer die Frage, was macht denn der Computer da eigentlich? Kann ich dem Resultat vertrauen? Ist das vielleicht ein Artefakt, was ich da bekommen habe? Und dann ist die Frage, wie teste ich die Zuverlässigkeit meines Modells? Und das ist natürlich auch wiederum eine Frage, die für die Astrophysik ganz, ganz besonders spannend ist, weil man in der Astrophysik in vielen Fällen nicht so einfach einen Vergleich mit dem Experiment machen kann, weil die Daten oft relativ sparsam nur vorliegen und ja, weil insofern dann die Frage ist, was mache ich da? Reicht mir der Vergleich mit anderen Simulationen oder mache ich das über eine interne Stimmigkeit? Also mache ich einfach Tests, vergleiche ich mit analytischen Lösungen? Also es ist auch eine sehr interessante Frage, die auch Astrophysiker sehr viel umtreibt. Und ja, einfach als Beispiel für eine wissenschaftsphilosophische Fragestellung war ich jetzt mal dreist genug ein eigenes Paper hier nochmal zu nennen, das ich vor zwei Jahren veröffentlicht habe. Einfach mal als Beispiel, was man in der Wissenschaftsphilosophie so behandeln kann. Da habe ich mir die Frage gestellt, welche Gründe es geben könnte, einfache Modelle sehr komplexen, realistischeren Modellen vorzuziehen. Weil man naiv erst mal denken würde, ein komplexes Modell ist immer besser. Mein Hintergrund, mein Schockmodell war eindimensional, es gab aber auch dreidimensionale Schockmodelle. Warum sollte man ein eindimensionales Schockmodell überhaupt benutzen? Und da war sowas, womit ich mich dann beschäftigt habe, die wichtige Rolle des Modells in der Ausbildung von Verständnis, dadurch, dass man mit dem Modell interagiert, also dass man mit dem Modell herumspielt, dass man ganz häufig dieses Modell einfach laufen lässt, dass man verschiedene Dinge abändert, guckt, was passiert. Das ist so eine Art von impliziten Verständnis des Phänomens, was sich dabei entwickelt, dass man irgendwie schon eine Vorstellung hat, sowas passiert eigentlich mit meiner Stoßwelle, wenn ich zum Beispiel das Magnetfeld erhöhe oder wenn ich die Dichte runterschraube. Und sowas ist halt ganz, ganz wichtig in der Forschung, dass man für sowas ein intuitives Verständnis entwickelt und für sowas sind Modelle ganz zentral wichtig. Bleibt die Frage, brauchen wir das eigentlich? Wissenschaftsphilosophie ist das nicht irgendwie was, was ein bisschen überflüssig ist, weil Astrophysiker das sowieso selber machen. Diese Position wird durchaus vertreten. Ich habe mal hier zwei Vertreter rausgesucht, die häufig zitiert werden. Stephen Hawking zum Beispiel schrieb, traditionell sind das Fragen, also so Reflexionsfragen, der Philosophie, aber die Philosophie ist tot. Die Philosophie hat nicht Schritt gehalten mit den modernen Entwicklungen der Wissenschaften, insbesondere der Physik. Ein anderes Zitat, was auch sehr schön ist, was Richard Feynman gerne zugeschrieben wird, was aber glaube ich nicht von ihm stammt, sondern eher aus einem Theaterkontext kommt. Die Wissenschaftsphilosophie ist für die Wissenschaftler ähnlich nützlich wie die Ornithologie für die Vögel. Tja, ist das so? Ich würde sagen, sorry, das war falsch, ich würde sagen, nein. Und zwar aus zwei Gründen, aus eigener Erfahrung, ist es glaube ich schon so, dass die Wissenschaftsphilosophen einfach eine ganz besondere Expertise im Umgang mit Begriffen haben. Die haben ein anderes Verhältnis zu Sprache und insofern haben sie sehr, sehr präzise Begriffe herausgebildet, die Astrophysiker durchaus nutzen können, die Astrophysiker aber jetzt so erstmal nicht unbedingt selber zur Verfügung haben. und diese begrifflichen Werkzeuge, die kann man auch als Astrophysiker glaube ich sehr gut nutzen, um Fragen zu reflektieren und zu klären, die in der Tat sich automatisch aus der Forschung ergeben. Insofern denke ich, wenn die Kommunikation funktioniert zwischen Philosophen und zwischen Astrophysikern, kann das extrem fruchtbar sein. Und da gibt es jetzt auch vermehrt Projekte international, wo Philosophen und Wissenschaftler zusammenkommen und das eben genau demonstrieren. So, und das zweite Argument, das kommt aus meiner neuen beruflichen Praxis als Wissenschaftsjournalistin und zwar denke ich, dass gerade heute, wo ja die Wissenschaft sehr, sehr stark im Zentrum des öffentlichen Interesses steht, es unerlässlich ist, der Öffentlichkeit ein differenziertes Bild des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses zu liefern. Und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gerade während der Zeiten der Pandemie gemacht habe, wo es ja ganz, ganz viel um Modelle ging, um Vorhersagen, um die Frage, können wir den Modellen vertrauen, wo kommen die her, dass man da irgendwie einen differenzierten Weg findet, indem man nicht einfach sagt, ja, Modelle sagen die Wahrheit, denn das ist offensichtlich nicht so, das sieht man ja auch, oder haben wir gesehen in der Pandemie, dass da ziemlich viel auch einfach nicht stimmte, was Modelle vorhergesagt haben, aber dass man auf der anderen Seite schon auch erklären kann, warum wir Modellen vertrauen und wie wir das machen, dass wir die Grenzen von Modellen ganz gut einschätzen können und dass wir Unsicherheiten von Modellen auch quantifizieren können. Und für diese Fragen, glaube ich, ist ein philosophisches Rüstzeug definitiv nicht verkehrt. So, dabei möchte ich das jetzt belassen, möchte aber natürlich noch Ausblick geben auf den nächsten Vortrag in der Reihe Faszination Astronomie Online, der wunderbarer Weise ganz nahtlos anschließt an mein heutiges Thema. Und zwar wird Prof. Dr. Volker Springl vom Max-Planck-Institut für Astrophysik eben genau über solche kosmologischen Simulationen von der Praktikaseite aus reden, wie man ganze Universen im Computer simuliert. Also da kann man sich dann genau diese philosophischen Fragen stellen, die ich heute genannt habe. So, dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei Markus Pössl und Carolin Liefke bedanken für die Einladung und für die wunderbare Betreuung im Hintergrund. Und dann wurde mir noch aufgetragen, wie man es heutzutage so macht, was ich aber trotzdem noch nie gemacht habe, Werbung zu machen für diesen YouTube-Kanal. Ich denke mal, man kann ihn abonnieren, auf jeden Fall kann man ihn liken, man kann kommentieren, weiter Fragen stellen und all das sollten Sie und solltet ihr ganz fleißig tun. Also vielen Dank und jetzt sehe ich, dass ich auch schon eine erste Frage habe, die ich mal kurz lesen werde. Also die Frage ist, wollten Sie immer eher Astrophysik nachbilden? Die beobachtende Astronomie hat sie nach ihren Besuchen in der Atta-Kammer nicht so sehr locken können. Ja, interessante Frage. Wie gesagt, würde ich, also tatsächlich war mein Weg in der Astrophysik von einer reinen Theoretikerin, als ich in Berlin meine Diplomarbeit geschrieben habe, hatte ich mit Beobachtung gar nichts zu tun. Dann über meine Doktorarbeit, wo ich beides gemacht habe, wo ich auf der einen Seite Beobachtung genutzt habe und aber auch selber in Chile beobachtet habe und gleichzeitig aber auch diese Shop-Modelle weiterentwickelt habe, was eigentlich eine ganz schöne ergänzende Geschichte war, hin zu immer größerer Nähe zu den Beobachtungen. Also dann während meiner Postdoc-Zeit in Frankreich in Grenoble habe ich eigentlich vor allem mit Beobachtung gearbeitet und da nur sehr flankierend modelliert. Und meine Erfahrung ist, dass in der modernen Astrophysik diese starke Trennung gar nicht mehr so sehr existiert. Also es ist immer stärker so, dass auch Beobachter natürlich Modelle nutzen und auch selber modellieren müssen. Einfach auch, weil man dadurch die Modelle viel besser versteht und einschätzen kann. Und dass auf der anderen Seite aber auch Modellierer sich gar nicht den Beobachtungen verschließen können, weil sie natürlich auch ihre Modelle so entwickeln müssen, dass sie einen direkten Bezug zur Beobachtung hat. Insofern ist meine Erfahrung, dass das immer stärker zusammenwächst. Und wenn ich jetzt gefragt wurde, ob ich eher Beobachterin oder Modelliererin bin, würde es mir, glaube ich, schwerfallen, das eindeutig zu beantworten. Also ich bin tatsächlich irgendwie einmal rübergewandert von der Theorie zur Beobachtung und bin da jetzt irgendwo so in der Mitte, dass ich alles spannend finde. Zweite Frage. Mit was für Fragen außer den hier angeschnittenen beschäftigt man sich denn in der Wissenschaftsphilosophie? Ja, die Wissenschaftsphilosophie ist natürlich unglaublich breit. Aber wenn ich jetzt eine allgemeine Tendenz nennen sollte, wenn wir jetzt erstmal wieder so 100 Jahre zurückspringen, Popper und Co., da waren ja noch ganz allgemeine Fragen nach der Natur der Wissenschaft und dem Prozess des wissenschaftlichen Forschens im Vordergrund. Also da hat man sich tatsächlich gefragt, was ist Wissenschaft, wie funktioniert Wissenschaft, wie kann ich eine Theorie bestätigen? Dann war es Mitte des vergangenen Jahrhunderts mit Thomas Kuhn dann noch ein weiterer Einschnitt, der als einer der ersten, also es gab vorher noch Ludwig Fleck, das war ein polnischer Arzt, der schon in den 30er Jahren ähnliche Thesen aufgestellt hat, aber Kuhn ist so der bekannteste. Kuhn war der Erste, der prominent vertreten hat und es auch verbreitet hat, dass in der Wissenschaft ganz, ganz stark natürlich auch der Menschen eine Rolle spielt. Und die Soziologie, die Einbettung des Menschen in bestimmte Praktiken, Wissenschaftspolitik, bestimmte Konventionen und dass man all das mit im Blick haben muss, wenn man Wissenschaft verstehen will. Das hat das Ganze dann so ein bisschen auch in eine Krise gestürzt, weil man dann natürlich sehr schnell auch bei so einem Relativismus ist, dass man dann sagt, Wissenschaft ist ziemlich beliebig, kommt halt ganz darauf an, was die Wissenschaftler sonst so glauben und meinen. Das ist es ja ganz offensichtlich auch nicht. Das merkt man ja, dass wir mit technologischen Anwendungen und so weiter doch sagen müssen, unsere Wissenschaft ist relativ erfolgreich, so wie sie ist, obwohl es natürlich diese Einflüsse immer gibt. Und da gab es eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen, die versucht haben, das ein bisschen besser darauf anzupassen, so Lakatosch, Feierabend und so weiter. Dann hat man aber doch auch verstärkt gemerkt, dass sich die Wissenschaftsphilosophie traditionell immer sehr stark, vielleicht zu stark auf die Physik konzentriert hat. Dass es aber natürlich ganz, ganz viele andere Disziplinen gibt, die ganz anders funktionieren. Und insofern ist heute eher so die Tendenz, dass sich das alles aufgespalten hat. Es gibt eine Philosophie der Biologie, eine Philosophie der Chemie. Ich habe in den letzten Jahren mit Kollegen vor allem aus den USA halt viel zu so einer Philosophie der Astrophysik und Astronomie gearbeitet, die traditionell jetzt nicht so stark vertreten war, weil man einfach sagen muss, die ganzen wissenschaftlichen Disziplinen haben so ihre eigenen Arten. Aber Themen, die überall eine Rolle spielen, sind natürlich Modelle, Daten. Das ist überall ein wichtiges Thema. Also was sind Daten? Wie behandeln wir Daten? Wie entwickeln die sich? Aber dann, also zum Beispiel Philosophie der Biologie sind auch so Fragen wie, was ist Leben? Was ist eine Funktion? Solche Geschichten. Also das ist wahnsinnig vielfältig. Gab es Schlüsselmomente, nach denen ihnen klar war, dass sie Astrophysik studieren wollen? Das war bei mir tatsächlich sehr spät. Ich fand Mathe erstmal immer wahnsinnig spannend und toll in der Schule. Hatte auch Mathe-LK. Meine Physiklehrer waren alle nicht so, dass ich das besonders interessant fand. Aber nachdem ich dann so einen Spaß an Mathe hatte, habe ich mir gedacht, Physik als Anwendung von Mathematik auf die Welt ist bestimmt toll. Dann bin ich nach Berlin gegangen zur TU und habe da eigentlich das erste Mal so richtig die Astronomie entdeckt und hatte da einen sehr, sehr charismatischen Professor, Professor Sedelmayr, der auch selbst eine große Liebe zur Philosophie hatte, was mein Zweitstudienfach war. Und ja, da war dann eigentlich für mich relativ schnell klar, dass ich Astronomie erstmal als Wahlpflichtfach machen möchte. War dann zwar noch lange in der theoretischen Physik Tutorin, aber dann hat sich das immer stärker verdichtet und ich habe es wirklich nie bereut. Und die Astrophysik ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Fach. Also würde ich immer wieder nehmen und ist einfach großartig und wunderbar kompatibel auch mit der Philosophie und natürlich auch sehr, sehr stark kompatibel mit dem Bestreben irgendwie mit der Öffentlichkeit in Kommunikation zu kommen. So, nächste Frage. Was bedeutet ontologisches Modell? Ja, sehr gute Frage. Das sind immer diese philosophischen Fachbegriffe, an die man sich dann irgendwie gewöhnt, weil sie sehr bequem sind. So ein anderer Fachbegriff wäre noch Entität für alles, was irgendwie ist. Also Entität, wenn man nicht weiß, wie man irgendwas nennt, kann man immer sagen Entität. Auch ein guter philosophischer Trick. Aber jetzt soll es ja um die Ontologie gehen und Ontologie, das ist ein philosophischer Bereich, ein Bereich von philosophischen Fragen, wo es um Designsformen geht. Also was etwas tatsächlich ist in seinem Wesen nach. Das ist was, was man schon bei den Griechen findet, dass es da darum geht, so was, was steckt hinter der Welt. Also geometrische Formen oder ja, so. Insofern eine sehr, eine sehr alte Tradition in der Philosophie und in der Wissenschaftsphilosophie, insbesondere in der Philosophie der Physik, ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da fragen kann, zum Beispiel in der Quantentheorie, was ist fundamentaler Wellen oder Teilchen oder in Theorien kann man sagen, ob irgendwas fundamentaler ist, Felder oder ja, eine Teilchenformulierung. Und solche Fragen, also wo es halt wirklich darum geht, um den, um den, ja, Seinscharakter, ich weiß nicht, ob das jetzt einfacher ist, verständlicher ist, aber das sind eben gerade ontologische Fragen, also die Fragen nach dem Sein von etwas, nach so einer grundlegenden Ebene. Das ist was, was in der Astrophysik relativ selten eine Rolle spielt, würde ich sagen, weil die Astrophysik einfach mit so komplexen Gegebenheiten zu tun hat, dass das jetzt nicht so sehr im Vordergrund steht, aber in anderen Bereichen, also gerade in der Philosophie der Physik, ist das sehr, sehr wichtig. Nächste Frage, sind Modelle immer eine Art der Vereinfachung und könnten wir mit höheren Rechenleistungen nicht immer komplexere Modelle, Simulationen rechnen? Ja, das ist auch eine sehr, eine sehr interessante Frage, das hatte ich ja in der Tat auch ein bisschen berührt. Ja, Modelle sind immer Vereinfachung, natürlich, weil wenn man irgendwas eins zu eins nachbauen würde, dann wäre man auch nicht schlauer. Das ist immer das Argument, wenn ich jetzt, wenn ich irgendwas verstehen will und also meinetwegen ein Lebewesen und ich baue das einfach Molekül für Molekül genau nach, wäre dann so die Frage, ist da jetzt wirklich ein großer Erkenntnisgewinn? Vielleicht nicht unbedingt, denn das ist ja gerade Teil des Ganzen, dass es mir mit einem guten Modell gelingt, die relevanten Aspekte zu extrahieren und all das, was unwichtig ist, was nebensächlich ist, wegzulassen. Also insofern ist eine Vereinfachung schon immer ein wichtiger Punkt. Aber in der Astrophysik ist es einfach so, und das ist ja das, was die Astrophysik auch so spannend und so faszinierend macht, dass wahnsinnig viele verschiedene Phänomene eine Rolle spielen und eigentlich alle physikalischen Bereiche. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass man in der Astrophysik irgendwas vermeiden möchte, dass man, keine Ahnung, Magnetfelder nicht mag oder dass man Teilchenphysik blöd findet oder so, weil alles kann immer potenziell relevant sein. Und insofern ist es in der Astrophysik schon eine sehr starke Tendenz, die Modelle einfach immer komplexer zu machen, einfach immer mehr aufzunehmen. Aber gleichzeitig hat man dann auch wiederum das Problem dieser epistemischen Undurchsichtigkeit, dass es dann immer schwieriger ist, für den Nutzer zu verstehen, was von diesen vielen Bestandteilen, die ich da in mein Modell reingepackt hat, hat dann jetzt den Effekt, den ich im Modell beobachte. Und insofern denke ich persönlich, dass es ziemlich wichtig ist, dass man so ein ganzes Spektrum von Modellen hat, von sehr einfachen Modellen, die man wirklich dafür nutzen kann, so einzelne Prozesse zu verstehen und Zusammenhänge zu verstehen, bis zu sehr komplexen Simulationen, die in der Lage sind, dann auch tatsächlich sehr komplexe Phänomene und Prozesse wiederzugeben und zueinander in Beziehung zu setzen. Da haben wir in der Astrophysik ein ähnliches Problem wie zum Beispiel in den Klimawissenschaften, die ja auch mit extrem komplexen Systemen zu tun haben und wo dann immer die Frage ist, wie kann ich da so eine Balance finden zwischen dem, was ich noch als Nutzer wirklich verstehen kann und dem, was das System braucht, um nicht zu vereinfacht zu sein. Welche Rolle kann die künstliche Intelligenz als Teil empirischer Experimente spielen? Ja, das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, die auch in der Tat sehr, sehr stark in die Philosophie zielen kann, sage ich mal, wenn man sich für Philosophie interessiert, denn natürlich ist bei der künstlichen Intelligenz auch ganz zentral dieses Problem der Blackbox-Problematik, also dass man vielleicht nicht unbedingt weiß, was oder dass man normalerweise nicht weiß, was in der künstlichen Intelligenz vor sich geht. Also man hat da irgendwie einen Algorithmus, der lernt was, man hat Trainingsdaten, man füttert die rein, dann hat das Ding was gelernt, macht irgendwas, aber was es da genau macht, das ist bei der künstlichen Intelligenz nicht so einfach abzuleiten. Da macht man ja zwar schon Fortschritte, aber das ist erstmal etwas, was nicht so leicht nachzuvollziehen ist und dann ist es natürlich gleich wieder eine epistemische Fragestellung, also eine erkenntnistheoretische Fragestellung, was kann ich mit so einer künstlichen Intelligenz anfangen? Wie kann ich die einsetzen, um Wissen zu generieren, auf das ich mich dann auch wirklich verlassen kann? Und das ist eine Frage, die natürlich gesellschaftlich genauso Relevanz besitzt, wie dann in der Wissenschaft, wenn ich künstliche Intelligenz einsetze, um bestimmte Datensätze zu generieren oder zu ordnen. Und Wissenschaftler sind da natürlich sehr gründlich. Künstliche Intelligenz wird ja auch schon an vielen Stellen eingesetzt, aber ja, also mal aus philosophischer Perspektive gesprochen, natürlich ein ganz, ganz interessantes Thema, wo auch wiederum das, glaube ich, wichtig ist und sich auch lohnt, ganz genau zu gucken, an welchen Stellen man da was macht und was das wiederum für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu bedeuten hat. Nächste Frage. Ich bin ehemaliger Journalist und bin nun im wissenschaftlichen Bereich tätig. Der umgekehrte Weg schockt mich ein wenig. Kann man als Philosophin tatsächlich diese Dinge vermitteln? Ich nehme mal an, dass die Frage darauf beruht, dass ich mich am Anfang vielleicht unvollständig vorgestellt habe. Also ich bin im Hauptberuf tatsächlich Astrophysikerin gewesen, lange Zeit, habe in der Astrophysik promoviert, dann noch drei Jahre in Grenoble geforscht und habe die Philosophie nebenbei gemacht. Also ich hatte in der Philosophie auch einen Abschluss, einen Magisterabschluss, aber bin dann, habe dann den astrophysikalischen Weg eingeschlagen, habe die Philosophie also nebenbei gemacht und habe außerdem parallel auch für die Zeitung schon geschrieben und insofern ist es jetzt, glaube ich, ja, also ich schreibe vor allem über Astrophysik, aber ich glaube diese philosophische Perspektive, die ich halt auch immer mithabe, würde ich denken und hoffen, dass das bei der Vermittlung tatsächlich eigentlich ganz hilfreich ist, weil man dadurch automatisch Wissenschaft vermitteln kann, kritisch reflektieren kann und ich glaube auch einfach eine Sensibilität für Fragen entwickelt, die in der Vermittlung von Wissenschaft an die Öffentlichkeit wichtig sind und auch von Interesse sind. So, ich hoffe, ich habe die Frage erklärt oder beantwortet. Nächste Frage, auch die Mathematik ist doch eigentlich ein sehr genaues Modell, oder? Ja, würde man wahrscheinlich nicht unbedingt sagen, denn dann wäre ja immer noch die Frage, was ist eine Theorie? Und das ist aber natürlich auch eine ganz, ganz spannende Frage. Ich hatte das ja am Anfang angeschnitten, natürlich sehr, sehr oberflächlich, aber das ist natürlich auch eine sehr spannende Frage, was der Unterschied ist zwischen Theorien und Modellen. Bei diesen frühen philosophischen Ansätzen, über die ich geredet habe, also der semantische und der syntaktische Modellbegriff, da ist es ja relativ klar definiert, aber wenn man sich mal anguckt, wie wir heute über Modelle und Theorien reden, ist das nicht immer so ganz sauber, muss man sagen. Also zum Beispiel Standardmodell der Teilchenphysik. Ist das wirklich ein Modell oder ist das nicht eher doch eine Theorie? Und da würden wir wahrscheinlich intuitiv sagen, so wie wir das gebrauchen, hat eine Theorie eine größere Zuverlässigkeit, ist also gesicherter als ein Modell. Bei einem Modell spielen immer Annahmen mit und eine gewisse Vorläufigkeit. Und wenn man dann jetzt nach der Mathematik fragt, dann würde man wahrscheinlich sagen, gut, die Mathematik spielt natürlich bei beidem eine Rolle. Mathematik geht in die meisten wissenschaftlichen Modelle in irgendeiner Art und Weise ein, aber für die Theorien spielt es natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber natürlich ist eine physikalische Theorie noch mehr als nur die Mathematik. Hatte ich am Anfang auch kurz erwähnt, man braucht irgendwie den Bezug zur Welt. Und insofern glaube ich, spielt die Mathematik deshalb eine Rolle, weil sie die Struktur vorgibt, die dann auch im Modell zu finden ist. Aber es ist doch nochmal was anderes. Also das würde ich nicht als sehr genaues Modell bezeichnen, sondern es ist eher Bestandteil und Zutat für Modelle und für Theorien. So, das waren alle Fragen. Wunderbar, Fragen machen mir am meisten Spaß. Dann bedanke ich mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die dabei waren, die zugeschaut haben, die Fragen gestellt haben insbesondere auch und möchte jetzt noch abschließend nochmal die Gelegenheit nutzen, auf den Vortrag übermorgen hinzuweisen am Donnerstag, den 10. September um 19 Uhr. Das ist dann die logische Fortsetzung des heutigen Vortrags, denn da geht es um eine spezielle, sehr komplexe Simulation des gesamten Universums, vorgetragen von Professor Dr. Volker Springl. Und ich denke, das wird auf jeden Fall spannend und Sie und ihr solltet alle dabei sein. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.